Freizeit TV wird präsentiert von Tramza Travel & Outdoor. Es gibt viel zu entdecken. Auch auf tramza.ch Und Fjellraven, innovative und funktionale Outdoor-Produkte. Herzlich Willkommen zu Freizeit TV. Wir sind im Sörenberg, genauer gesagt im Morakulum, beim grössten Moorerlebnispark der Alpen. Hi Karin. Hi Nicole. Du hast doch mitgeholfen bei der Entsteigung des Moraklums. Also viel Spiel und auch Spass ist hier entstanden. Sehr viel. Das Morakulum soll die Vielfalt und den Reichtum unserer Moorlandschaft aufzeigen. Man kann auch viel lernen. In vielen Stationen kann man das Moor, die Moorlandschaft erleben, erfüllen, hören, geniessen. Und zu zweit habe ich euch noch ein Experten-Team mitgebracht, das euch helfen, das noch zu geniessen. Gut, dann komme ich ein Experten-Team sogar rüber. Profis Michel, Angela, Timo und Nadine sind auch mit der Gondelbahn vom Sörenberg in Trosweit gekommen. Zusammen sind wir dann auf Expedition gegangen. Als erstes haben die Vien gerade mal mein Gleichgewicht getestet. Und im Anschluss hat es geheissen, Wanderschuhe abzuziehen und ab in den Wasserpark. Wo wir dann auch Bäch oder einen kleinen See mit dem Floss überquert haben. Ah, ich bin mir rein! In den Waldinnen haben wir dann noch verschiedene Stationen besucht, wo wir noch vieles über die Natur, die Tierwelt und das Moor lernen durften können. Nach dieser intensiven Forschungsarbeit hat Cari mit einer Erfrischung auf uns gewartet. Wir haben heute viel Spass gemacht, dass ich mit meinen Experten unterwegs sein durfte. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ja, sehr! Spannend war auch zu sehen, wie vielseitig das Moor ist. Ja, das ist das Ziel des Moorakulums, dass Kinder auf spielerische Art lernen, mit dem umzugehen. Dass sie das erfahren und schützen lernen. Und jetzt gehen wir auf den Sonnentalweg und sehen dort noch ein paar ganz interessante Sachen. Bevor wir uns jetzt auf den Weg machen, möchten wir Ihnen zu Hause noch zeigen, wo wir unsere Kleider herhaben. Weil wenn man so voraussens ist, sind wasserfeste Kleider nämlich von Vorteil. Transa ist seit über 37 Jahren der Spezialist für Outdoor-Ausrüstung. Bei Transa finden Sie über 10'000 Reisen-, Bike- und Outdoor-Produkte der weltbesten Hersteller. Praxisnähe Beratung, Leistung und Qualität. Transa, Travel und Outdoor. Wir sind hier am Start zum Sonnentalweg, das ist ein gutes Darstellen. Ja. Es gibt viele Pflanzen, die Sonnental sind fleischfressende Pflanzen, aber Menschen frisst ihr nicht? Nein, da bin ich ja froh! Ja, da vorne kommen wir jetzt zu einer Laustation. Dort muss man unbedingt einlegen und hören. Die Trister, die gehen wunderbar, alle Töne verstärkt wieder, wo die Natur da wird, das Poflore abbauen. Wir sind vielfach auch für den schönen Ausflug hier in das Uneskobias fernen Entebuch. Die Landschaft hier ist schon genial. Bitte, Nicole. Es gibt zwar noch x andere Ausflugsmöglichkeiten hier in der Region, aber ich denke, für heute ist es genug. Oder fahren wir doch noch mit den Bikeboards ins Tal? Hey, das ist ein guter Idee. Das machen wir jetzt noch. Wir fahren jetzt also noch mit den Bikeboards ins Tal. Ihnen zu Hause wünsche ich mir weiterhin eine ganz gute Ausflugszeit und bis bald. Freizeit TV wird präsentiert von Transa Travel & Outdoor. Es gibt viel zu entdecken. Auch auf transa.ch. Und Fjellräven – innovative und funktionale Outdoor-Produkte. Verpassen Sie nicht, diese Woche ist Freizeit TV im Sörenberg unterwegs. Im Morakulum da entdecken wir alles über die Natur und die Tierwelt rund ums Moor.